Komm du machst jetzt schon lange dann mach jetzt zwölf stunden Bro zwölf stunden krieg ich doch nicht jetzt hin Das muss ich planen Jungs ich sag euch so der zwölf stunden stream wird kommen wenn er kommt Falls er überhaupt kommt Wer hat diese Umfrage gemacht Welche Umfrage Wait was ist worum geht es in der Umfrage Worum geht die Umfrage Ich will gar nicht sagen Was wollt ihr nicht sagen was ist denn hier Dafür bekommen einige einen Run auf Twitch Was Macht nur noch einen Run Ja auf jeden Fall Save Hä da gibt es ja nicht mal nein Boys was ist denn das für eine Umfrage Was ist denn das für eine Umfrage Und wie sie stimmen alle für auf jeden Fall Was machen wir Was machen wir Fuck off Komm Jungs heute ist Freitag weil Samstag kein Stream kommt Samstag Sonntag Hauen wir jetzt nochmal einen raus Komm Warum nicht Komm Stopp Abstimmung Shut up Wir machen keinen Jungs Boys Erstmal wenn ein nein Wenn du nein sagst Hauen wir eine Stunde drauf Nein 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 Ja. Auf jeden Fall. Safe. Ja. Jungs, stop it. Wo gibt's Nein? Wo gibt's Nein? Ich kann nicht mal abstimmen für Nein. Jungs, ich wollte eigentlich heute noch mein Real Life genießen. Für jedes Wort zwölf Stunden mehr. Jungs. Ändert die Kategorie. Ändert die Kategorie. Ihr habt mich überredet. Ihr habt es geschafft. Ihr habt es geschafft. Wir hauen den zwölf Stunden Stream an. Wir machen den zwölf Stunden. Jetzt bist du sicher? Ja. Müssen ja jetzt. Jetzt müssen wir ja. Jetzt gibt's ja kein Zurück mehr. Danke. Jetzt gibt's ja kein Zurück mehr. Was bleibt mir jetzt anderes übrig? Dann zocken wir halt bis Null. Here we go. Dann zocken wir jetzt bis Null. Scheiß ab. Jetzt muss ich's machen. Jetzt muss ich's machen, oder nicht? Jetzt muss ich's doch machen. Das ist echt ein Schaden. Ja. Mein Chat hat einen Schaden. Fucking Chat einfach. Hast du den... Alles gut mal in acht Stunden. Nur noch acht Stunden? Ist es gerade sein Ernst? Nur noch acht Stunden? Nur noch bis zwölf. Nur noch bis zwölf? Ja. Ist ja nichts. Ist ja nix. Ist ja nur der halbe Tag. Okay, Jungs. Okay. Ich werde jetzt meinen Kopf erstmal in schön kaltes Wasser tunken, Alter. Hier ist der Pot. Da ist... Oh, nein. Die Cam macht hochkant. Mach doch jetzt nicht diesen. Pass auf. Hier. Hier ist das kalte Wasser. Ich muss... Ich muss einmal mal... Kannst du filmen? Ja, ja. Pass auf, dass du nicht hochkant filmst. Tuch hab ich eigentlich immer. Dafür, meinen Schweiß abzuwischen. Heute muss ich da... Das ist was. Lügt doch eh keinen. Lügt doch eh keinen. What the fuck? Boah, Digga. Boah. Du brauchst hier echt einen Vigilator. Ich höre das hier nicht aus. Ich auch nicht. Boah. Das ist der Lifesaver. Liegt da ein Eis? Ja. Ist geschmolzen. Ist safe geschmolzen. Ach fuck, das muss ich ja auch noch essen. Ich meine, das ist ja gerade fresh. Fresh aus der Tiefkühl. Alter, Jungs. Gibt es euch. Gibt es euch mal. Also man sieht es nicht. Einfach... Sieht man das? Es drippt. Es drippt richtig. Holy shit. Oh mein Gott. Warum vom Fernkopf... Warum zerfällt das aus allen Seiten? Heilige Scheiße. Jungs, ich muss das Eis kurz essen. Es muss. Ein Streamer, der sich stärkt, muss sich stärken, damit der Streamer sich stärkt. Ja. So viel war ich gar nicht. Oh mein Gott. Das Eis zerfällt einfach. Oh mein Gott. Oh mein Gott, mein Fern. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir haben es braucht. Halb mich. Holy shit. Hm. Hast du Bock zu filmen? Ich will meinen Kopf wieder da reinhauen. Ich muss. Für Content? Für Content. Es ist einfach zu warm. Für den Gigaflex. Ja, die Matratze ist natürlich jetzt scheiße. Oh mein Gott. Ich habe alles daneben gespritzt. Ja, Alter. Alles gesinnt. Alter. Digger. Ich habe auch was voll ins Auge bekommen. Heilige Scheiße. Jungs. Jungs, Boys. Ich muss ganz kurz hier ein Handtuch besorgen, damit ich das hier kurz trockenlegen kann. Und ein neues Handtuch brauche ich auch nochmal. Ähm. Bin gleich wieder da. Nachdem wir das sauber gemacht haben, setzen wir uns an den Content, Boys. Let's go. Inki, ey. Och, machen. Sollen wir mal kurz reinholen? Jungs, ich muss ihn holen. Mindestens einmal zeigen. Content-Maschine. So, Jungs. Das, das ist er. Oder sie. Ist auch egal. Pinky jetzt. Mann, Pinky. Da ist er. Ja, ich muss raus. Moinsen. Ja. Ähm. Wow. Ich habe ganz Zeit dieses Apache-Lied im Kopf. Warum tust du dir das an? Das denke ich mir einfach gerade. Jungs, ich muss meine Hose gleich ausziehen, Alter. Ich packe das nicht mehr. Ich bin so scheiße in Odyssey. Sowas habe ich in meinem Leben noch nie erlebt. Dass ich so scheiße bin, habe ich auch noch nie erlebt. Alter, sieht man, dass ich schwitze? Sieht man das, Boys? Habt ihr mal C, O, C oder C, R gespielt? Äh, C, O, C. Candy Crush meinst du? Oder was? Ich kann hier überall Zeit rausholen. Ich weiß nicht, warum ich dauernd im Minus bin. Mein Konto stand einfach. Ich weiß nicht, warum ich dauernd im Minus bin. Denkst du, dass dunkle Wolken rassistisch gegenüber weißen Wolken sind, obwohl sie eigentlich gleich sind? Bro. Real Talk. Also ich mache jetzt Real Talk aus eigenem Joke. Ich weiß. Rassismus ist dumm. Voll dumm. Let's go. Jungs, hier nach gebe ich mir die Kugel, Alter. Hier nach zwölf Stunden möchte ich nicht mehr leben. Ziel ist es, nicht zu sterben, Boys. Hat sich gelohnt, das jetzt. Hat sich richtig gelohnt, Alter. Direkt wieder tot. Boah, Alter, Gott sei Dank habe ich ein schwarzes T-Shirt an. Ihr wisst gar nicht, wie ich am zweiten bin. Wuhu. Endspurt, Jungs, Endspurt. Eine Minute dreißig noch, holy shit. Das wird so close, Boys. Spring rein, spring rein. Bitte. Ja, Mann. Let's fucking go. Oh, ja. Ja, ja. Baby, show me. Outro